Viel weniger ist über Konkubinen in den Harems chinesischer Kaiser bekannt als über die Harems von Sultans und Padischahs im Osten, und wir können sagen, dass im Osten Konkubinen in einigen Aspekten einfacher und in anderen schwieriger waren. Heute werden wir Ihnen von einfach unaussprechlichen Dingen aus dem Leben von Konkubinen in den Harems der chinesischen Kaiser erzählen. Nun, die Gesetze des himmlischen Reiches erlaubten dem Kaiser offiziell nur vier Ehefrauen entsprechend den Seiten der Welt. Er selbst repräsentierte die Einheit aller Elemente und Sinne in diesem System. Das bedeutete jedoch nicht, dass es nur vier Frauen im Kaiserpalast gab. Im Gegenteil, neben den Ehefrauen gab es Konkubinen, die in verschiedene Kategorien unterteilt waren, sowie Tänzerinnen, Sängerinnen und Gefährtinnen. Wenn wir nur nach der Hierarchie gehen, hatte jede Frau des Kaisers zwölf Gefährten. Eine Konkubine der höchsten Kategorie hatte acht, eine mittlere hatte sechs Gefährten, und eine Konkubine der niedrigsten Kategorie hatte insgesamt nur zwei Mägde. Nach einigen Schätzungen könnten es bis zu 40.000 Frauen und Mädchen in der sogenannten verbotenen Stadt gegeben haben, wo Konkubinen lebten. Mit so vielen Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts brauchte der Kaiser selbst definitiv Schutz vor Überfluss. Also wurden offensichtlich ziemlich strenge Regeln der Kommunikation entwickelt. Zum Beispiel hatte der Kaiser das Recht, nur einmal im Monat Geschlechtsverkehr mit seiner offiziellen Frau zu haben und mit der Konkubine höchsten Rangs bis zu fünfmal im Monat. Diese seltsame Regel basiert auf der Tatsache, dass laut chinesischem Glauben die offizielle Frau der Kaiserin die höchste und ausgeprägteste feminine Natur hatte. So konnte sie auch nach einem einzigen Geschlechtsverkehr Nachkommen zeugen. Im Gegensatz zu den Konkubinen der offiziellen Frau, die laut diesem Glauben eine weniger ausgeprägte feminine Natur hatten und eine größere Anzahl von Versuchen erforderten. Es war also ein Paradoxon, dass Konkubinen viel häufiger Zugang zum Körper des Kaisers hatten als offizielle Ehefrauen. Mit so vielen Frauen, die danach strebten, in das Bett des Kaisers innerhalb der Mauern der verbotenen Stadt zu gelangen, erreichten geheime Intrigen, Menschenmengen und Eifersüchteleien oft einen solchen Höhepunkt, dass sogar der Gründer der Ming-Dynastie, Ming-Zu Yongzeng, gezwungen war, eine Regel zu schaffen. Niemals durfte die willkürliche Macht des Bewohners des Hauptgerichts von einer der Nebenfrauen und Konkubinen ausgeübt werden. Für jede Nacht, in der sie die Kammern des Souveräns besuchen, gibt es eine Reihenfolge der Nachfolge. Aber Intrigen beiseite, der Prozess des Schlafens mit dem Kaiser war mehr reguliert als die Anweisungen zum Abschießen der einzigartigen Attrappe einer Türkanone. Die Gesamtleitung des Prozesses lag in den Händen der Eunuchen, die im Harem mehr Macht hatten als sogar die geliebtesten Konkubinen. Also würde vor der Nacht ein Eunuch die gewünschte Konkubine oder Frau finden und ihr eine Karte mit dem Zeichen der Gunst des Monarchen überreichen. Danach wurde die ausgewählte Konkubine nackt ausgezogen und mit Weihrauch eingerieben, und dann wartete die Konkubine ebenfalls nackt auf die Erlaubnis. Die fehlende Kleidung wurde mit der Sicherheit erklärt, damit die Konkubine kein Messer oder eine andere Waffe in den Falten ihrer Kleidung tragen konnte. Nachdem das Mädchen bereit war, betrat ein Eunuch Bote den Raum und wickelte die Auserwählte in die Decke aus Herons Wolle und brachte sie in die Schlafkammer des Kaisers. In der Kammer selbst entfernte der Eunuch den Umhang, und die Konkubine sprang unter die Decke. Es gibt zwei Traditionen des Akts selbst. Die erste, die bis zur Ming-Dynastie zurückreicht, sah vor, dass die Mutter des Kaisers oder eine hochrangige weibliche Ehrendame oder jemand anderes immer im Schlafzimmer bis zum Ende des Akts anwesend war, wenn nötig, um der Konkubine den besten Weg zu erklären oder zu handeln. Zusätzlich zeichnete ein separater Eunuch alles auf, was passierte, und schrieb den Ablauf mit roter Tinte auf. Später wurden solche Aufzeichnungen zur Grundlage für chinesische erotische Schriften. Später, während der Kuing-Dynastie, warteten die Eunuchen einfach draußen vor der Tür. Hier sei angemerkt, dass die höchste Kaste der Eunuchen, die sogenannte Kammer der Chefsachen, sich ausschließlich mit der Gewährleistung dieses reibungslosen und qualitativ hochwertigen Intimprozesses befasste. Außerdem sahen die Regeln der Kuing-Dynastie vor, dass der Kaiser seine Konkubine nicht bis zum Morgen behalten durfte, wenn nach Ansicht des Schäfferts der Kammer der Chefsachen die Zeit knapp wurde. Er würde laut erklären, es ist an der Zeit, und wenn nötig, könnte er diesen Satz mehrmals wiederholen, bis die Tür der Schlafkammer geöffnet wurde. Nachdem der Kaiser sein glückliches Gesicht nach dem Geschlechtsverkehr präsentiert hatte, wurden ihm mehrere Fragen gestellt. Die erste Frage lautete, ob man es behalten sollte oder nicht. Diese Frage betraf die Gnade, mit der der Kaiser der Konkubine Gnade erwies. Im Falle einer Zustimmung wurde ein entsprechender Eintrag in einem speziellen Buch gemacht. Wann und wer durch die Gnade des Kaisers gekennzeichnet wurde, sodass dieser Eintrag im Falle einer Schwangerschaft bereits als Ausrede dienen konnte. Wenn der Kaiser eine negative Antwort gab, wurde das Mädchen fest auf den Bauch gedrückt, um den Samen herauszubringen. In diesem Fall wurden keine Aufzeichnungen gemacht. Im Gegensatz zu Konkubinen konnte der Kaiser seine Frau alleine besuchen, aber dennoch wurde der Besuch notwendigerweise von den Eunuchen aufgezeichnet. Und nach dem Akt selbst erwartete der Eunuch ein Signal vom Kaiser. Wenn der Sohn des Himmels sagte, geh weg, wurden keine Aufzeichnungen gemacht, da dies bedeutete, dass der Kuitus-Prozess nicht stattgefunden hatte. Im umgekehrten Fall wurde eine Notiz ähnlich wie bei den Konkubinen gemacht. An diesem Tag, diesem Monat, in diesem Jahr, zu dieser Stunde, machte Nizza die Kaiserin schwer. Es gab Zeiten, in denen der Kaiser kein einziges Wort sagen würde. Dann würde der Eunuch knien und den Kaiser nach einem Hinweis darauf fragen, was sie in ihrer Freizeit tun sollen. Die Konkubinen lebten ziemlich sorglos und genossen das Erlernen verschiedener Fähigkeiten, das Tanzen und einfach den Luxus. Auch allen Bewohnern der verbotenen Stadt wurde eine Lebensunterhaltszulage gezahlt, die übrigens nicht unerheblich war. Dies konnte jedoch nicht lange dauern. Ältere Konkubinen und auch viele Jüngere waren mit Hausarbeiten beschäftigt. Wäsche, Reinigung, Kochen in der Küche, Seidenraupenzucht, Anbau verschiedener aromatischer Pflanzen, Färben von Stoffen und Herstellung von Kleidung. Aber hinter der Fassade gab es ein weiteres verborgenes Leben, das sorgfältig hinter dem Glanz und Luxus des chinesischen Kaiserhofs verborgen war. Konkubinen konnten einfach aus dem Palast geworfen werden, aus verschiedenen Gründen wie dem Verlust von Schönheit, Kinderlosigkeit und Regelverstoß. Ironischerweise waren solche Schicksale noch recht gut. Viele Konkubinen im Harem beendeten ihr Leben durch Selbstmord. Es gab eine Einschränkung, wenn eine Konkubine Gift nahm, sollte ihre ganze Familie hingerichtet werden. Also blieb nur der Tod durch Verhungern oder, als besondere Gnade, das Recht, sich nach dem Schlucken in einen Brunnen oder ein goldplattiertes Parfüm zu stürzen, woran die unglückliche Frau durch Erstickung starb. Einige ältere Konkubinen lebten ihr Leben friedlich in den Ecken der verbotenen Stadt, aber nicht allen wurde eine solche Gelegenheit gewährt. Wenn ein Mädchen nicht zu denen gehörte, die dem Kaiser nahe standen und das Recht hatten, ihn von Zeit zu Zeit zu sehen, konnte ihr Schicksal schrecklich sein. Das galt auch für diejenigen, die in Ungnade beim Kaiser gefallen waren. Solche Personen waren ganz auf die Gnade der Eunuchen angewiesen. Nachdem sie tatsächlich ihre Männlichkeit verloren hatten, misshandelten viele von ihnen, während sie das, was von ihrer sexuellen Anziehungskraft übrig war, behielten, die verstoßenen Konkubinen so gut sie konnten. Sie überfielen sie einfach, bissen und schlugen sie, und manchmal konnten sie sie einfach ohne jegliche Strafe töten. Aber der Tod war nicht das Schlimmste von allem. Die häufigen Prügel hinterließen Narben in den Spuren des Mädchens. Im alten China war eine Narbe bei einem Mädchen ein Zeichen der Ablehnung. Sie hatte außerhalb des Palastes keine Chance mehr, nicht nur eine neue Familie zu gründen, sondern auch das grundlegende Minimum an Mitgefühl und Empathie zu erhalten. Vernachlässigte Ausgestoßene wurden oft aus dem Palast verbannt, außerhalb dessen sie Gegenstand von Hohn und Spott wurden. Diese verwöhnte Blume, die mit Narben versehen war, war dazu verdammt, in Scham, Demütigung und Armut zu verwelken. Außerdem verbarg die Rückseite trotz des Glanzes der Außenseite weitaus düsterere Dinge. Zum Beispiel führte es während der Herrschaft des Ming-Kaisers manchmal zu Hungerunruhen. Jiaqing konnte beispielsweise als Sohn des Himmels einfach die Konkubine aus Spaß zu Tode verurteilen und den Eunuchen erlauben, dasselbe mit Mädchen zu tun, die sie für irgendein Vergehen nicht mochten. Unglücklicherweise wurden Mädchen brutal geschlagen, oft bis zum Tod. Nach einigen Berichten starben während der Herrschaft von Jiaqing mindestens 200 Harem-Bewohner nur an Schlägen. Außerdem dienten etwa 10.000 Konkubinen und etwa 9.000 Eunuchen in seinem Hof. Es war natürlich, dass Männer, wer immer sie auch waren, schwachen Mädchen Nahrung wegnehmen konnten. Also war der Tod unter Konkubinen durch Hungern eine übliche Sache. Die Mädchen, in die Verzweiflung getrieben, wagten es sogar, den Kaiser zu töten. Der Versuch wurde am 21. Oktober 1542 unternommen, als mehrere Konkubinen, nachdem sie eine Schlinge um den Hals des Kaisers geworfen hatten, begannen, ihn zu erwürgen. Jiaqing wurde zufällig gerettet. Die Schlinge war falsch gemacht, also schaffte er es, aufzuwachen und sich dagegen zu wehren. Am Ende eilte seine Frau beim Lärm herbei und rettete das Leben des Sohnes des Himmels. Die Anführerin und ihre 15 Gefährtinnen wurden zerstückelt, und ihre Köpfe wurden auf Pfählen ausgestellt. Außerdem wurden die Familien der rebellischen Frauen ebenfalls unterdrückt. Zehn wurden hingerichtet, und der Rest wurde zu Sklaven. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos. Abonnieren Sie unseren Kanal und zögern Sie nicht, einen Daumen hoch zu geben.